Auch für den dreidimensionalen Raum hält CSS3 einiges an Transformationsfunktionen bereit. Bevor wir aber über diese Transformationsfunktionen sprechen können, müssen wir zunächst über die Konfiguration unseres dreidimensionalen Raums sprechen, über die Perspektive. Blöderweise kann man diese Perspektiven-Eigenschaften nicht besonders gut demonstrieren, ohne auf die 3D-Transformationen selbst zurückzugreifen. Sie müssen mir deswegen für den Moment einfach glauben, dass es diese 3D-Transformationen gibt und dass die ganz wunderbar funktionieren. Zunächst müssen wir aber über etwas anderes sprechen. Wir müssen über das Element sprechen, das den Raum für 3D-Transformationen bereitstellt. Sie sehen hier einen mit 3D-Transformationen umgesetzten Würfel. Der Würfel besteht einfach aus 6 Div-Elementen, die so angeordnet sind, dass sich daraus 6 Seiten eines Würfels ergeben. Zu einer 3D-Transformation gehört aber mehr als nur ein Element, das transformiert wird. Wir brauchen auch ein Element, das den dreidimensionalen Raum bereitstellt, das Elternelement. Das Elternelement ist hier durch die gepunktete Linie markiert. Es handelt sich hierbei um ein ganz normales Div, das mit ein paar CSS-Eigenschaften zu einem dreidimensionalen Raum geworden ist. Indem wir hier ein wenig an den Parametern drehen, können wir unsere Perspektive auf das dreidimensionale Geschehen in diesem Raum verändern. Ich zeige Ihnen mal, was gemeint ist. Das Elternelement, also der dreidimensionale Raum, ist in diesem Fall das Div mit der Klasse Box. Es hat einige Styles, die unter anderem für die gepunktete Linie sorgen. Wirklich interessant sind aber diese beiden Werte, Perspective und Perspective Origin. Diese beiden Parameter bestimmen, wie sich der dreidimensionale Raum verhält bzw. wie unser Blickwinkel auf diesen Raum ist. Der erste Wert, Perspective, bestimmt, wie nah wir am Geschehen sind. Wenn wir an diesem Wert ein bisschen drehen, verändern wir unsere Distanz zur Rückseite der Szene. Wir gehen also entweder weiter weg, indem wir den Wert etwas hochdrehen, oder wir können auch etwas näher herangehen. Wenn wir den Wert nämlich kleiner machen, rücken wir immer näher an die Rückseite der Szene heran. Wir können diesen Wert sogar so klein machen, bis wir im Würfel selbst drin sind. Und schon stehen wir mit unserem Blickwinkel praktisch im Würfel drin. Mit Perspective können wir also unsere Distanz zur Szene verändern. Der zweite interessante Wert ist Perspective Origin. Während Perspective sozusagen für die Z-Achse zuständig ist, also für die Tiefe, kümmert sich Perspective Origin um X- und Y-Werte. Mit 50% 50% stehen wir genau vor der Szene, schauen also mittig auf den Würfel drauf. Wir können aber auch an diesen Werten ein bisschen drehen, um unseren Blickwinkel auf diese Szene zu verändern. Drehen wir doch z.B. mal ein wenig an der X-Achse und schon sieht man, wie sich der Blickwinkel leicht verändert. Wir können das Ganze natürlich auch noch wesentlich weiter treiben, bis wir einen ganz anderen Winkel eingenommen haben. Auch an der Y-Achse können wir auf die gleiche Weise drehen. Jetzt haben wir eine Untersicht und jetzt schauen wir von oben drauf. Indem Sie ein Element mit diesen beiden CSS-Eigenschaften, Perspective und Perspective Origin ausstatten, rüsten Sie es so auf, dass in diesem Element 3D-Transformationen stattfinden können. Diese Transformationen entsprechen von ihrem Funktionsumfang ungefähr dem, was Sie bereits von den CSS-2D-Transformationen kennen. 3D-Transformationen machen eigentlich nichts weiter als die bekannten 2D-Transformationen, um eine dritte Dimension zu erweitern. Alles, was Sie bereits im Bereich der 2D-Transformationen kennengelernt haben, also Translationen, Skalierungen usw., funktionieren genauso mit 3D-Transformationen. Ein einfaches Beispiel. Sie erinnern sich sicherlich an Translationen, womit wir ein Element auf der X- und Y-Achse verschieben können. Hierfür gab es zwei Transformationsfunktionen, Translate X und Translate Y. Damit erzähle ich Ihnen nichts Neues. Ins CSS-3D-Transformationen gibt es aber noch eine dritte Translationsfunktion, Translate Z. Diese funktioniert genauso wie alle anderen Translationsfunktionen. Sie tragen einfach als Argument ein Längenmaß ein und das Element wird dann auf der Z-Achse um den entsprechenden Wert verschoben. Hiermit ist das Element näher an uns herangerückt und hiermit rückt es von uns weg. Natürlich funktioniert Translate Z auch ohne Translate X und Translate Y dabei. Wenn Sie eine Translation in allen drei Dimensionen durchführen möchten, müssen Sie nicht die drei Transformationsfunktionen benutzen. Es gibt auch eine zusammengefasste Translationsfunktion, Translate 3D. Hier geben Sie einfach alle drei Werte an, für X-, Y- und Z-Achse. Sie merken schon, so besonders überraschend ist das alles nicht. Auf zur nächsten 3D-Transformation, zur 3D-Skalierung. Auch an die Skalierungstransformation erinnern Sie sich bestimmt noch. Es gibt die normale Skalierungsfunktion und die speziellen Skalierungsfunktion für X- und Y-Achse. Wenig überraschend gibt es jetzt auch ein Scale Z für eine Skalierung auf der Z-Achse. Sie sehen jetzt aber, dass sich eigentlich im Vergleich zu vorher nichts an dem Katzenbild verändert hat. Wenn wir unsere Transformation auskommentieren, bleibt das Bild erhalten. Es stellt sich ohnehin die Frage, wie etwas Zweidimensionales, wie dieses HTML-Element hier, auf der dritten Achse skaliert werden kann. Dieses Element hat doch eigentlich keine Tiefe. Das stimmt natürlich, aber das Element hat Eigenschaften, die eine Tiefenbedeutung haben. Beispielsweise die Translation auf der Z-Achse. Auf diese Eigenschaften wirkt sich dann auch eine 3D-Skalierung aus. Bauen wir doch einmal eine Translation ein. Wie Sie sehen, hat sich nun etwas getan. Sie sehen aber auch, dass diese Translation auf der Z-Achse erstaunlich weit nach vorne rückt. Das liegt daran, dass wir die Z-Achse selbst mit Scale Z skaliert haben. Wenn wir diesen Wert nun ein bisschen verändern, sagen wir, wir stellen ihn wieder zurück auf 1, haben wir zwar immer noch eine 3D-Translation, aber sie fällt weniger deutlich aus. Man kann also sagen, dass Scale Z die Z-Achse selbst transformiert und sich somit auf alle anderen Transformationen, die auf der Z-Achse aktiv sind, auswirkt. Wenig überraschend gibt es auch für 3D-Skalierungen eine zusammenfassende Funktion, Scale 3D. Hier können Sie einfach der Reihe nach alle Skalierungsfaktoren eintragen für X-, Y- und Z-Achse. Die einzige 3D-Transformation, die ein bisschen anders ist, als Sie das aus dem 2D-Reich kennen, ist die 3D-Rotation. Zunächst einmal gibt es natürlich eine Rotate3D-Funktion. Diese funktioniert aber anders, als Sie das von den bisherigen Funktionen gewohnt sind. Die bisherigen Funktionen haben eine X- und eine Y-Achse um eine weitere Dimension ergänzt. Rotation im 2D-Bereich kennt aber gar keine Achsen. Deshalb handelt es sich hier nicht um eine einfache Dimensionsergänzung, sondern um etwas ganz anderes. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, im dreidimensionalen Raum zu rotieren. Wir können entweder alle drei Achsen X, Y, Z beschreiben und mit jeweils einem Rotationswinkel ausstatten, oder wir können einen Richtungsvektor angeben und unser Element in diese Richtung drehen. Die Funktion Rotate3D ist für diese letztgenannte Version zuständig. Wir können hier einen Richtungsvektor, bestehend aus drei Werten, sowie einen Winkel angeben. Machen wir das doch mal und richten unser Element in diese Richtung aus, drehen es dann um 45 Grad. Wie Sie sehen, das funktioniert. Allerdings ist diese Vektorengeschichte nicht unbedingt intuitiv. Einfacher ist es möglicherweise, wenn wir mit den drei Rotationsfunktionen RotateX, RotateY und RotateZ arbeiten. Hier geben wir einfach für jede Achse unseren gewünschten Winkel an. Machen wir das doch mal. Ersetzen wir Rotate3D zunächst durch RotateX. Geben dann einen Winkel an und schon dreht sich das Katzenbild. Beachten Sie die leichte perspektivische Verzerrung. Diese kommt zustande, da wir hier ja zwei Bilder haben. Ein transformiertes und eins zum Vergleich, das nicht transformiert wird. Wir haben aber natürlich einen Perspective Origin gesetzt, mit dem wir genau auf den Mittelpunkt der Szene schauen. So kommt eine leichte perspektivische Verzerrung zustande. Die ist jetzt gerade für die 3D-Rotationsfunktionen nicht besonders hilfreich. Deswegen schalten wir sie mal ab, indem wir einfach das zweite Katzenbild entfernen. Das sieht schon besser aus. Hiermit hätten wir nun eine Rotation auf der X-Achse. Das können wir ergänzen durch eine Rotation auf der Y-Achse. Und zu guter Letzt können wir auch die Z-Achse hinzunehmen. Sie sehen also, auch 3D-Rotation ist kein Hexenwerk. Eine interessante Frage stellt sich allerdings. Was passiert, wenn wir ein Element so weit rotieren, dass wir seine Rückseite zu Gesicht bekommen? Machen wir das doch mal und drehen einfach mal etwas mehr um die Z-Achse. Und dann noch ein bisschen X-Achse dazu. Und noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Siehe da, die Rückseite wird wieder sichtbar. Wenn wir ein Element komplett umdrehen, können wir seine Rückseite zu Gesicht bekommen. Normalerweise ist diese sichtbar. Sie ist einfach ein Spiegelbild der Vorderseite. Wenn wir unbedingt möchten, können wir dieses Feature jedoch auch abstellen. Hierfür gibt es für transformierte Elemente die Eigenschaft Backface Visibility. Diese hat als Standardwert Visible, sodass wir also eine Rückseite zu sehen bekommen. Wir können diesen Wert allerdings auch auf Hidden setzen. Und dann sind Rückseiten nicht mehr zu sehen. Das Element selbst ist aber natürlich noch da. Nur die Rückseite ist nicht mehr zu sehen. Und damit hätten Sie nun alle 3D-Transformationen kennengelernt. Das einzige, was noch zu erwähnen wäre, ist, dass es natürlich auch eine Matrix-Transformation für den dreidimensionalen Raum gibt. Hier müssen Sie ähnlich wie bei der 2D-Transformationsmatrix eine ganze Reihe von Parametern angeben und so Ihre 3D-Transformationen beschreiben. Weil wir hierfür wirklich sehr tief in die zugrunde liegende Mathematik absteigen müssten, lassen wir das an dieser Stelle einfach mal sein. Merken Sie sich nur, dass Sie die Möglichkeit haben. Wenn Sie allerdings mit der Matrix nichts machen wollen, können Sie mit den normalen 3D-Transformationen, mit den 3D-Translationen, Skalierungen und Rotationen alles machen, was Sie im dreidimensionalen Raum sich nur wünschen können. Klang macht es einen Link. Vielen Dank.